Hört sofort auf. Mia, was machst du hier? Ich muss jetzt vom Flugzeug springen. Mein Plan muss funktionieren. Bitte lass das. Wo ist Max? Der spielt da hinten mit Bernhard. Bernhard ist ein gutes Haustier. Hallo Bernhard, hier ist Paul. Was machst du hier, Mia? Hör mir zu, Mama. Max, guck mal, dein Papa heiratet gerade. Ähm, was willst du sagen, Mia? Ich. Max, Bernhard, guckt mal. Ich will nicht, dass ihr... Max und Bernhard, warum guckt ihr denn nicht? Sei doch bitte mal leise, Paul. Oh, tut mir leid, Schatz. Schatz? Äh, ich meine Pia. Guckt mal, was Bernhard und Max machen. Wartet, ich spiele mit euch. Der spielt echt mit Bernhard und Max. Haha, wie geht es euch? Ich habe euch vermisst. Aber wir heiraten doch gerade. Was macht Paul da? Mein Fallschirm ist bereit. Ich muss zum richtigen Zeitpunkt springen. Was hast du vor, Julia? Kann mir jemand erklären, was Paul da macht? Ähm, wer sind diese Leute eigentlich? Ich glaube, die heiraten. Kennt die jemand? Ja, Paul ist mein Freund. Er ist auch mein Freund. Wer bist du denn? Ich bin der Tod. Und ich bin Todi. Hehe. Meinst du das ernst? Ja, wenn du mich berührst, stirbst du. Oh Gott. Gott hat gerade keine Zeit. Aber vielleicht kommt er noch gleich zur Hochzeit. Schau mal, Mathilda. Macht Paul sowas öfter? Ja. Äh, ja. Ja. Du kennst Paul doch gar nicht. Ja, aber guck ihn doch mal an. Yeah, tanz Bernhard! Beweg deine Füße! Mach mit, Max! Ich finde Paul trotzdem süß. Ich finde ihn auch süß. Ähm, findet die Hochzeit noch statt? Nein, die Hochzeit muss aufhören. Willst du nicht, dass ich dein Stiefvater werde? Nein, das will ich nicht. Paul soll mein Papa bleiben. Aber dann werde ich deine Lehrerin und deine neue Mutter. Bekomme ich dann immer eine Eins in Englisch. Sag mir, was du vorhast, Julia. Du bist eine gute Freundin geworden, Johanna. Ich heiße aber Anna. Ich werde dich sehr vermissen, Johanna. Ich dich auch, Julia, aber ich heiße Anna. Okay, ich werde jetzt springen, Johanna. Du könntest mir dann immer eine Eins geben in Englisch. Das werde ich. Das kann ich natürlich nicht machen. Und in Biologie bekommst du auch eine Eins. Hallo neue Mama. Hallo neue Tochter. Na, das war einfach. Los, heiratet. Bist du sicher, Mia? Ja, wenn ich gute Noten bekomme, kann ich Abitur machen. Was willst du mit Abitur machen? Dann kann ich Müllmann werden. Äh, ich meine Müllfrau. Dafür brauchst du kein Abitur. Und was kann man mit Abitur machen? Mit Abitur kannst du alles machen. Dann werde ich Toiletten putzen. Warum das denn, Mia? Toiletten sind meine Freunde. Und ich putze gerne meine Freunde. Da wirst du aber nicht viel Geld verdienen. Wie viel verdient man denn als Putzfrau? Ungefähr 13 Euro die Stunde. Dann könnte ich mir jede Stunde einen Döner kaufen. Wie cool ist das denn? Ist Mia normal. So, ich werde jetzt springen. Danke für alles, Johanna. Gerne. Ich heiße aber immer noch Anna. Tut mir leid. Hier sind 10.000 Euro. Gibst du mir das Geld echt? Ja, das Geld ist für Johanna. Du bist doch Johanna. Oder? Äh, ja. Das bin ich. Dann nimm das Geld. Ich muss jetzt springen. Okay. Viel Spaß. Paul, was zur Hölle tust du da? Wir spielen hier. Warum fragst du? Hast du nicht etwas vergessen? Nein. Was meinst du? Was wollen wir hier gerade machen, Paul? Äh, keine Ahnung. Was habe ich gerade an, Paul? Ein Brautkleid? Und was hast du an? Einen Anzug. Warum sind wir also hier? Ah, ich weiß jetzt. Na endlich. Was machen wir denn hier? Wir sind auf einer Beerdigung. Hä? Wer ist denn gestorben? Das wüsste ich doch. Du kommst jetzt sofort zu mir, Paul. Wir heiraten gerade. Ah, das ist eine Hochzeit. Pia, sag doch, dass du nicht willst, dass ich Mathilde heirate. Kannst du jetzt mal bitte kommen? Der Priester wartet doch hier. Mir egal. Ich bekomme 400 Euro in der Stunde. Wer gibt Ihnen eigentlich das Geld? Gott gibt mir das Geld. Hä? Das ist eine lange Geschichte. Jetzt komm endlich, Paul. Mach es gut, mein Schatz. Pass auf dich auf, Julia. Besuch mich im Gefängnis, wenn ich verhaftet werde. Und wenn du stirbst. Dann sehen wir uns auf der anderen Seite wieder. Mach es gut. Jetzt beweg dich hierhin, Paul. Aber Bernhard und Max sind auf meinem Kopf. Bist du sicher, dass du Paul heiraten willst? Ja, ich liebe ihn. Jetzt komm sofort hierhin, Paul. Sonst heirate ich ohne dich. Hä? Wie willst du denn ohne mich heiraten? Dann heirate ich einfach Alex. Wie bitte? Stehst du auf mich? Ich werde gleich landen. Mein Plan muss funktionieren. Gut, dass ich mein Brautkleid schon anhabe. Stehst du etwa auf mich? Ähm, nein. Schade. Mathilda ist echt hirsch. Ich will jetzt endlich Mathilda Müller heißen. Was machst du da, Papa? Ich schaue Paul zu. Der ist manchmal echt witzig. Kannst du das auch, Max? Ah, stimmt. Babys können das nicht. Beweg dich hierher, Paul. Wir sind hier, um zu heiraten. Ich kann den Boden sehen. Gleich muss ich den Fallschirm öffnen. Hoffentlich geht alles gut. Ich werde bis drei zählen, Paul. Du hast drei Sekunden Zeit, hierhin zu kommen. Eins. Nach der Eins kommt die Zwei. Das wusste ich auch. Was kommt denn nach der Zwei? 37. Äh, okay, Mia. Und jetzt kommt drei. Wer ist eigentlich dein Mathelehrer, Mia? Herr Schmitz. Er bringt uns Mathe bei. Das hoffe ich. Vorsicht, Bernhard. Max darf nicht runterfallen. Ihr tanzt so gut. Mathilda, Paul ist auch nicht normal im Kopf. Bist du sicher, dass du ihn heiraten willst? Warum fragst du mich das ständig? Du willst bestimmt nicht, dass ich Paul heirate. Nein, das stimmt nicht. Der Boden kommt immer näher. Ich sehe die Hochzeit. In 20 Sekunden muss ich meinen Fallschirm öffnen. Paul, wir sollten das jetzt endlich durchziehen. Ich möchte jetzt deine Ex-Frau heiraten. Werde ich gleich echt Pia Pupsgesicht heißen? Ja, mein Schatz. Kommst du jetzt bitte, Paul? Ja, ich komme ja schon. Noch fünf Sekunden. Dann öffne ich meinen Fallschirm. Ich sehe Pia, Mia und Paul. Na endlich bist du da, Paul. Ja, ich habe doch nur ein bisschen gespielt. Guckt mal, da ist ein Huhn. Haha, ich liebe Hühner. Bitte konzentrier dich, Paul. Na gut, dann verheiraten sie uns mal. Willst du, Paul, Pia zu deiner Frau nehmen? Ja, ich will. Sie meinen Mathilda. Sie haben Pia gesagt. Gut, der Fallschirm hat sich geöffnet. Ich lande jetzt. Oh, ich meinte Mathilda. Pia, willst du Mathilda heiraten? Nein, ich will Mathilda nicht heiraten. Äh, ich meine Paul. Ich bin so verwirrt. Hier wollen zu viele Menschen heiraten. Ich habe es fast geschafft. Ich muss bei der Landung aufpassen. Also, nochmal. Willst du Paul, Mathilda heiraten? Was ist das denn? War das Julia? Lange nicht gesehen, Bernhard. Und das muss Max sein. Wir können später reden, Bernhard. Hallo zusammen. Was machst du hier, Julia? Hände hoch. Ich erkläre es. Hände hoch, habe ich gesagt. Warte doch mal. Ich muss was machen. Beeil dich. Gebt einen Daumen, wenn ihr Part 9 sehen wollt. Und klickt auf diese Folge. Gebt. Ja, geh in đi. Fahre.